und ich weiß aus erfahrung dass sie gegen eine simple wibro klinge nicht nur deshalb hat die republik ihren soldaten eine nahkampf ausbildung spendiert was 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 jetzt würden ich habe ich gar nicht mitgekriegt was das war moment mal eben muss mal eben kurz mal eben kurz was was einstellen bin direkt wieder da ihr seht jetzt mal diesen richtig geilen diesen richtig richtig tollen screen alter smudern du bist so bescheuert aber vielen dank für die zwei euro du bist scheinst nicht gerade der hellste zu sein dass du mir dein geld gibst du idiot aber vielen dank vielen vielen dank so ja jetzt hast du mich komplett aus dem konzept gebracht hier so ja woher kommt denn diese technologie haben wir das wenigstens im stream gerade gesehen so ein moment ich muss einmal noch kurz was so so und jetzt bin ich wieder da das hat mich komplett aus dem konzept gebracht ja ich habe jetzt ich habe jetzt die richtige reihenfolge reingemacht ich war darauf nicht vorbereitet ich habe jetzt die rechnung die rechnung und 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 die rechnung die tue die ganze sehen muss noch mal so fünf euro spätten er Wie, die bezahlen nicht mehr Miete. Hallo? Was ist denn, ey? Ähm... Ach, zeig mir mal, was du verkaufst, was du verkaufen kannst. Ich glaube zwar nicht, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels schon was kaufen können. Medikit Militäranzug. Ja, 165. Auf gar keinen Fall. Äh, okay. Na gut. Äh, wir gehen erstmal weiter. So. Lieber Smulan. Äh... Wie sieht das denn aus? Wollen wir böse spielen oder wollen wir, äh, lieb spielen? Das darfst du dir jetzt aussuchen. Oh, ich hab ein Level ab. Ja, wir wollen automatisch aufsteigen. Oh, guck mal, hier ist es einfach auf. Dann gehen wir einfach rein. Aber hier gibt's auch nichts zu glauben. Deswegen ist es wahrscheinlich auch auf. So. Wenn ich übrigens gleich ein bisschen, äh, ein bisschen schreie oder so, dann, äh, liegt das daran, dass meine Haustiere mir in die Füße weißen. Ja, evil. Ja, genau. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Hä, hä, hä. Okay. Dann, äh, würde ich mal sagen, äh, ist diese einfache Sicherheitstür, äh... Oh Gott, ich werde gerade von, von Ratten belagert. Äh, ist die einfache Sicherheitstür, würde ich mal sagen, ähm, unser, unser leichtestes, äh, Hindernis. Und wer... Eine verriegelte Tür und Behälter kannst du aufbrechen oder mit einer Waffe aufschießen. Ähm... Ach, egal. Wir hauen die einfach kaputt. Und dann so gut... Wie kann man denn eine Tür verfehlen? Wie kann er das denn bringen? So. Hallo, Dia. Na? Wie geht's? Doch, das kann ich. Äh, wir sind nicht Darth Möhre, äh, wir heißen ja Bronwyn. Aber wir können ja, ähm, wir können ja, wenn wir, also wir kriegen ja, also die, die, die Sith Lords kriegen ja, wenn sie sich, wenn sie sich, wenn sie sich ein, wenn sie Sith werden, kriegen sie ja einen neuen Namen. Dann, äh, dann nennen wir uns einfach Darth Möhre. Äh, ja, pff, ähm, ich wollte mich nur, ich wollte mich nur umsehen, ob es was zu stehlen lohnt. Ihr seid genauso schlimm wie dieses Schwein Holden. Ich werde euch nicht daran hindern, aber ihr verschwendet eure Zeit. Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Genau, alias Darth Möhre. Ja, die hat nichts, äh, was sich zu stehlen lohnt. Da hat sie leider recht. Ihr schon wieder? Ja. Warum nervt ihr mich? Ja, ich möchte mich, ich, jetzt möchte ich mich euch ein paar Fragen stellen. Da kann ich euch nicht weiterhelfen. Seit der Sache mit Holden verlasse ich meine Wohnung lieber nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was außerhalb meiner vier Wände vor sich geht. Achso. Wer ist denn das? Bloß einer von Darwigs Leuten, der seine Pfoten nicht bei sich behalten kann. Aber als Dankeschön hat er jetzt eine fette Narbe von meiner Vipro-Klinge. Schade nur, dass ich immer noch die Leidtragende bin. Das ist aber, das ist aber nicht, äh, nicht so gut. Was willst du damit sagen? Ich, ich will nicht darüber reden. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Außerdem weiß ich ja nicht, ob ich euch trauen kann. Natürlich könnt ihr mir trauen. Ich bin ein komplett fremd dahergelaufener Typ, der gerade in eine Wohnung eingebrochen ist und dich bedroht hat. Also, wenn du wem trauen kannst, dann sowohl mir. Ja, hier, versuchen sie mal zu überreden, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Na ja, ihr scheint schon irgendwie ganz in Ordnung zu sein. Als ich Holden den Schnitt verpasst habe, hat ihn das zwar abgeschreckt, aber auch vor allem seinen Freunden blamiert. Gerade noch gesagt, ich gucke mal, was ihr klauen kann. Er hat dein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Anscheinend hat er die gute und nicht so gutes Gedächtnis. Hehehe. So, was kann ich denn tun, um dir zu helfen? Das bezweifle ich. Holden ist einer von Davics Leuten. Wenn man für den örtlichen Unterweltboss arbeitet, drücken die Behörden schon mal mehr als ein Auge zu. Ich fürchte, das muss ich mit Holden alleine austragen. Ja, vielleicht kann ich auch selber, ähm... Ich denke, ich treibe einfach das Kopfgeld ein, dass er einfach ausgesetzt ist. Das sagen wir jetzt nicht direkt. Ich würde mal sagen, wir sprechen erst mal mit Holden, oder? Ich denke, ihr könntet es versuchen. Normalerweise hängt er in der Kantina in der Unterstadt rum. Aber es dürfte nichts nützen. Holden ist es gewohnt, seinen Willen zu kriegen. Das ist einer der angenehmen Nebeneffekte, wenn man für Davic die Drecksarbeit erledigt. Wenn man für den örtlichen Unterweltboss arbeitet, lassen einem die Behörden schon mal was durchgehen. Aber trotzdem, danke für das Angebot. Ja, kein Thema. Äh, ja, okay. Okay, ich muss jetzt gehen. Ey. Auf Wiedersehen. Und viel Glück. Ich hoffe, ihr könnt Holden etwas Vernunft einbläuen. Ja. Oder wir kommen halt wieder und holen uns das Kopfgeld. Egal. Äh, okay. So. Dann hier ist die nächste, ähm... Ich glaube, ich habe da gerade einen Schrei gehört. Kann das sein? Ich glaube, wir müssen mal hier rein. Ich glaube, hier ist eine Jungfrau in Nöten oder so ähnlich. Ja, guck. Eine Jungfrau in Nöten, wie ich gesagt habe. So, was haben wir denn da? Und eine Tasche. Teile, Computersonden und 18 Credits. Guten Tag. Okay. Das ist nett. Da kommen wir in die Oberstadt. Äh, waren wir jetzt überall drin? Ja. Okay. Dann können wir zur Oberstadt gehen. Zumindest zur südlichen Oberstadt. Schauen wir aber mal, wie weit wir da kommen. Neuer Tagebucheintrag. Juhu. Kommen wir eigentlich mit dem reden? Was habt ihr auf dem Herzen? Hm, ich will mehr über dich wissen, Karl. Über mich? Ja, sicher. Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in dem Mandalorianischen Krieg. Aber trotz alledem eine solche Schlechterei, wie diese Cis-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malax-Flotte zum Opfer fielen. Das ist nett. Cis bombardierten uns bis zur Aufgabe. Die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Oh, das ist ja nicht schön. Äh. Beruhig euch doch mal. Ich habe doch nur gefragt. Ja, das muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Ich bin bloß ein Soldat. Ich gehe dorthin, wohin mich die Flottenadmirale beordern. Ich befolge meine Befehle und tue meine Pflicht. Und wenn ich das tue, darf man doch nicht behaupten, ich hätte sie im Stich gelassen. Habe ich nicht. Er sagt das mit so viel Imbrunst. Habe ich nicht. Nein. Ich habe sie nicht im Stich gelassen. Nein. Wirklich nicht. Äh. Sie ja, die Leute aus deiner Heimatwelt oder wer jetzt genau? Ja. Nein. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich. Nein. Es tut mir leid. Ich rede wirres Zeug, nicht wahr? Ein bisschen. Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Ja, kein Problem. Man muss nämlich ab und an mit seinen Crewmitleadern reden. Dadurch kriegt man immer mal wieder neue Quests oder Hintergrundinformationen auch. Oh. Was ist das denn hier? Hier scheinen republikanische Flüchtlinge gelandet zu sein. Wir sollten sie finden. Immer diese Flüchtlinge, diese imperialen Republikaner. So. Keblers Laden. Da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Eigentlich Mann. Das ist also Herr Mann. Schönen guten Tag, Herr Mann. Wahrscheinlich gibt es hier auch einen, die heißt Frau. Eingang der Kantina. Da können wir uns natürlich jetzt direkt mal um diesen Haldo kümmern. Aber ich würde sagen... Ey Mann, lass mich mal durch. Wir erkunden erstmal noch ein bisschen. Ah, da. Da ist Frau. Frau, darf ich vorstellen? Da ist Mann. Oh, da kommt noch eine Frau. Ich sag mal. Guten Tag, Herr Schüß-Truber. Und noch einer. Guten Tag, hier ist Mann und Frau. Und Mann und Frau. Oh, oh, oh. Da gibt es Ärger. Kopfgeldjäger. Das hier. Er hat auch eine krasse Stimme, ey. Jetzt heißt es alles oder nichts. Da wir können keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Oh, das ist nicht schlecht. Äh, nicht gut, meine ich. Was? Was? Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Nein! Nein! Sieht aus, als hätten wir die 50 Credits. Tut mir leid, euch sollt wo besser gehen. Ich habe nichts gesehen. Hier ist meine Brieftasche. Ja, hier, ich mag aber eine Einstellung nicht. Ich teile mich besser in der Lektion. So nehme ich. Tja, dann... Äh, gibt es jetzt was aufs Fressbrett. So einfach ist er sehr... Tja, klar. Boah. Habt ihr das gesehen, ey? Einen Schuss, da war der durch. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Kein Problem. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen umzubringen. Jetzt gibst du mir die 50 Credits. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davic einen Kredit aufzunehmen. Jetzt kann ich ihr nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Untergeldboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Ja, gebt mal eure Credits, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Sollen wir das wirklich tun? Sollen wir das tun? Ich warte mal eben den Delay-Up. Oder... Oder wollen wir dem armen Mann sein Geld lassen? Eigentlich, wenn wir böse sein wollen, müssen wir natürlich jetzt die Credits nehmen, ne? Wir haben ja... Wir sind ja böse. Ach komm, dann machen wir's. Gib mir mal deine Credits. Macht ihr Witze? Ja, sicher. Wir brauchen diese Credits nicht. Geht einfach weiter. Es war uns eine Freude, behilflich sein zu können. Ich verschwinde hier, bevor noch mehr...